Ho ho ho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Türchen in meinem Highlights Adventskalender. Heute sind wir schon bei Türchen Nr. 20 und es ist gar nicht mehr weit bis Heiligabend und das ist tatsächlich schon ein bisschen verrückt. Aber ja, was soll's. Ich möchte heute über Band 1 und 2 der Kasadim Reihe von Julia Dippe schwärmen. Eine Jugendbuch High Fantasy Reihe, wo ich beim ersten Mal, als ich das echte Buch in der Hand hatte, dachte, nein, das ist ja so ein merkwürdiges, schräges Cover. Das Buch möchtest du dir auf keinen Fall als echtes Buch kaufen. Ich blende euch das erste Cover ein. Ich war wirklich so entsetzt über dieses erste Cover, dass ich dachte, nein, ich lese das E-Book. Obwohl ich die Vermutung schon hatte, dass es ein Highlight wird. Und auch nach wie vor ist keiner der Bände bei mir eingezogen. Zu einem ist auch der zweite Band jetzt erst Ende November bei mir erschienen. Nicht bei mir, ist er erst erschienen und ich möchte das erste Buch einfach nicht im Regal haben. Ich finde diese Halsregion, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde sie schrecklich. Aber das hat ja mit der Geschichte nichts zu tun. Es ist die zweite Reihe von Julia Dippe. Sie ist wohl durchaus durch die Itzara Reihe bekannt geworden. Ich habe diese Reihe aber nicht gelesen. Mich hat aber Kasadim sehr, sehr angesprochen, weil es nach Jugend High Fantasy klang, die mich fesseln kann. Und so war es auch. Ich habe Band 1 weggesuchtet. Ich glaube sogar an einem Sonntag plus Nacht. Und ich habe Band 2 jetzt weggesuchtet an zwei Abenden. Und ich habe eine unglaubliche Sogwirkung gespürt. Und Julia Dippe hat ihr großartiges Jugendbuch Fantasy geschrieben. Also wirklich, kommt für mich wirklich an die Highlights ran, die ich in diesem Genre gelesen habe. Wir treffen auf Amaya, eine junge Frau. Zumindest scheint es so. Sie sieht aus wie 16. Alt hat aber doch etwas anderes, wie auch ihre Geschwister und ihre Familie allgemein. Denn in der Familie erlebt man seinen Geburtstag genauso oft, wie alt man im Grunde ist. Also man wird zweimal zwei, dreimal drei, viermal vier und so weiter. Und so ist Amaya wahrscheinlich schon über 100, als sie auf eines Tages so ein bisschen erfährt, dass irgendwie ein Familiengeheimnis herrscht. Ihre Eltern schweigen darüber, können auch die Gedanken ihrer Geschwister so ein bisschen beeinflussen. Doch Amaya hat die Gabe, dass sie diese Gedankenkontrolle im Grunde unterbrechen kann und durchbrechen kann und so eben auch nichts vergisst oder ähnlichem. Eines Tages nimmt ihr Vater aber einen Gefangenen, der dann bei ihnen erst mal im Keller lebt. Und sie ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Ist natürlich neugierig. Wir wissen, was es damit auf sich hat. Doch dann gibt es einen Angriff, einen Überfall auf das Haus, auf die Familie. Und der geheimnisvolle Fremde im Keller, sein Name ist Noah, ja, rettet sie zusammen mit ihren Geschwistern und geht mit ihnen in das Kaiserkönigreich, ja, Kasadim. Und dort erfahren die Geschwister etwas Ungeheuerliches, nämlich was vor vielen, vielen Jahren passiert ist, dass sie, ja, einiges doch ganz anders sind, als man erst mal scheinen lässt. Und dass wir in einem Kaiserreich sind und sie eben tatsächlich dort eine sehr, sehr große Rolle spielen. Auch Amaya und Noah kommen sich näher, obwohl sie das möglichst nicht tun sollten. Und wer jetzt denkt, das ist total klischeehaft, den Eindruck hatte ich zuerst auch. Aber Julia Dippel schafft es, hier eine Geschichte zu erzählen, die zwar irgendwie den Eindruck macht, es könnte in die Klischee-Richtung gehen, aber sie wirft das alles komplett über Bord und erzählt die Geschichte anders. Wir haben starke Charaktere, wir haben eine starke Amaya, die ich wirklich großartig finde und die so agiert, wie ich es wirklich nachvollziehen kann. Sie macht eine Verwandlung und eine, ja, ein wirklich ein Reifeprozess in diesen zwei Bänden, mit denen ich großartig fand und diese ganze Welt um Kasadim hat mich in den Bann gezogen. Julia Dippel schreibt Fantasy, wie ich es liebe. Wir haben hier eine neue Welt, wir haben verschiedene Reiche und wir durchreißen die und wir haben das wirklich bildhaft vor Augen und Julia Dippel beschreibt es bildhaft, lebendig und farbenfroh und es läuft förmlich einen Film im Kopf ab. Es war einfach ein Genuss, das zu lesen. Zudem sorgen ihre Wendungen, ihre Ideen, auch die wirklich sehr, ja, innovativen Ideen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, wirklich dafür, dass man dran bleibt, dass man eine Sorgwirkung hat, dass man gar nicht mehr das Buch weglegen kann, dass man irgendwie zwei Stunden am Stück liest und sich danach fragt, huch, wie ist das denn jetzt eigentlich passiert? Man überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, was um einen herum passiert, sondern wirklich in diesem Buch eingetaucht ist. Großartiger Stil, ganz, ganz, ganz toll. Auch die Dialoge, ich finde auch diese Liebeskomponente hier wirklich wunderbar gelöst. Ich mag beide auf ihre Art sehr, sehr gerne. Sie sind speziell auch im, ja, Miteinander mal ganz anders, als man es eben aus Jugendbüchern kennt. Ich habe es großartig gefeiert und es zerreißt einen an vielen Stellen wirklich das Herz. Es wird gebrochen, man wird zerstört, wie manche immer so schön sagen und genauso ging es mir auch. Und am Ende von Band 2 habe ich wirklich gedacht, das hat sie doch jetzt nicht so geschrieben. Und jetzt müssen wir tatsächlich wohl bis Oktober, November nächsten Jahres warten, bis dann, ja, der dritte Finale Band da ist. Aber ich kann euch diese Reihe nur absolut ans Herz legen. Gerade wenn dann vielleicht Ende nächsten Jahres der dritte Band erscheint, bietet es sich ja vielleicht an, so langsam jetzt im neuen Jahr dann auch Band 1 und 2 zu lesen oder auch zu hören und dann sich vorzubereiten auf den dritten Band. Ich fand das wirklich gigantisch gut. Also selten Jugendbücher gelesen, die wirklich so stark sind, die so toll sind, die so anders sind und die so fantasievoll einfach sind. Und auch diese Welten, ich fand das Hammer. Also ich fand das wirklich großartig, wie diese verschiedenen Welten ineinander greifen, gleichzeitig gegeneinander, wie es Intrigen am Hofe gibt, die man natürlich kennt. Und ich fand eben auch faszinierend Amaya als Charakter. Den fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und Noah, ja, wessen Herz da nicht höher schlägt, ja, was soll man dazu sagen? Eine großartige Reihe, zumindest jetzt Band 1 und 2. Und ich bin mega gespannt, was uns in Band 3 erwartet und hoffe, dass das Cover vielleicht so ein bisschen mich tatsächlich mehr anspricht als Band 1 und 2. Und dann zieht vielleicht der dritte Band in echt irgendwie so stellvertretend dann irgendwie für die Reihe ein. Ja, bei den Covern, ich finde auch den zweiten Band tatsächlich nicht viel besser, aber er ist zumindest irgendwie, ja, aber zum Glück lese ich für E-Books und das war auf jeden Fall alles fein so. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderbaren 20. Dezember. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.